So zwei Tage in der Woche bin ich hier zu finden, dass es ein Stadtswerk war. Das ist ein altes, ehemaliges Kutschhaus, wo die Kutsche damals, vor 100 Jahren, und auch Pferde gepflegt wurden, um die ganzen Sachen in der Stadt so überall rumzuhalten. Also die Lastkraftwagen und Taxis von der Stadt Groningen. Das ist eine von den vielen Kutschhäusern, wie man das sagt. Und das ist hier als Stadtswerkplater, darin sind Geräte, wo man Holz und Metall mit verarbeiten kann. Und das meiste, was man sieht von der Repaille, was irgendwie gebastelt ist, Teegkissen, was, Anlage, alles mögliche, was man sieht und hört und so, ist hier zusammengebaut von mir selbst. Von mir und mit Hilfe von Kantenpläuten, die da gesägt und geschleift, geschliffen und genägelt und gehammert und geschraubt haben. Das ist hier drin. Also hier Holz und da Metall. Ich weiß nicht. Das ist mein Hobbyort. Das ist klar. Dazu können wir nicht reingehen leider. Schade. Ich weiß nicht. 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 Vielen Dank.